Glück gehabt, oder? Ja, nehmen wir das mit dem Glück gehabt. Nein, Mau. Wie? Da sind wir da. Nein, so nicht. Das auch nicht. Äh, kann ich da? Ja, ja, ich kann mich da halt. Achso, nein, haben wir leider voll. Schade. Ich hätte mir halt gehen da, aber na gut. Ah, ey, dass wir da auch so gerne eine nette Rampe haben. Na, ganz toll. Luki gerettet. Ui, da müssen wir jemanden retten, na dann. Und Banditen töten. Ja, Banditen ist Standard. Banditen töten ist Standard. Ja, mal schauen, wie es überhaupt Bernhard ausschaut. Aha. Wie wird's? Wie kostet es denn die mehr? Ja, wird definitiv auch der Sautel dringend benötigt. Er scheint in der Klemmel zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Oh, da sieht man sogar, wie die rauszufahren. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, wo halt? Da muss der Bauch. Na, Fuß. Ja, passt. Haben wir getroffen. Oh, der kleine Wichser soll da herkommen. Ja, das wird's jetzt aber nicht. Ähm, so, das... Ja, das... ...hab ich mir jetzt... ...definitiv selber zuzuschreiben. Alter. Wenn ich jetzt krepiere, wundert mich das jetzt aber nicht. Eigentlich hat der jetzt eigentlich gar keine Freunde mehr, oder? Beziehungsweise, das Auto ist... ...müsste eigentlich die Verhäser. Wieso steige ich nicht einfach ins Auto ein und schieße? Wäre eigentlich am gescheitersten, oder? Eigentlich schon. Oh, nicht schlecht. Na gut, dann schauen wir mal wieder rein. Dann schauen wir mal wieder rein. So, wo haben wir denn da unseren ersten Kandidaten? Da? So ein bisschen mehr da drüben, da, gell? Ähm, ja, wo der hingeschaut hat, folge ich mir jetzt aber auch. Oder gibt's da schon geheime Gegner, auf die ich da noch nicht gestoßen bin? Unsichtbar oder was? Ah, na gut, na gut, na gut. Wenn du hier schon so brav daneben schierst, dann tue ich mir ja nixens währenddessen noch nachladen. Da geht das eh klar. So, der große Schläger, der kriegt's dann halt mit meinem Schild da zu tun. Ja, Schild gibt's ja, Schild gibt's ja. Ja, perfekt. Äh, ich merke schon, ich kann nicht mehr nachladen. Alter, von wo schießt da schon wieder einer? Oh, Alter! Von irgendwo wieder. Das ist super. Warte, ich kann dann einmal, ich hab dann einmal eine Deckung, weißt? Fuck. Ich kenn, ich kenn die Kleinen, Alter. Das ist auch nicht mal, wenn man wieder eine kleine Dipschel hat, Alter, das... Das ist das letzte Mal, wo mich der kleine Dipschel hat, Alter, wo mich der kleine Dipschel hat, Alter, da bist du auch schon, Alter. Der wollte das ganze Leben schon wieder weg. Nehmen wir hin! Nachladen! Nice! So, dann schauen wir sich aber gleich mal da drinnen um. Mal schauen, was die da jetzt versteckt haben. Ich hoffe wenigstens Money, weil jetzt natürlich, dass wir so viel ausgeben haben. Oh! Natürlich, dass wir eh so viel ausgeben haben. Könnten wir die Kohle definitiv gut gebrauchen. Definitiv. Aber für was machen wir ja die braven Visionen da? Damit wir ja schön brav Geld haben, damit wir da auch unnötig das dann ausgeben, was definitiv dann vielleicht eh wieder was Besseres geht um die Ecke. Aber naja, egal. Schau mal, was haben wir denn da schönes. Okay... Shotgun von... Ja, ist halt aber nicht meins. Quazität ist aber schon was Neuses, muss ich schon sagen. Ui! Ui! Ja, dann nehme ich aber lieber das mit den Kanaten. Definitiv. Definitiv. Und da sagen wir, da glaube ich mal wieder ein bisschen stärker. Ne? Oh! Ja... Ja... Ich glaube... Da müssen wir halt ein bisschen noch warten. Ein bisschen ist gut gesagt. Bis wir groß und stark geworden sind. Da gibt es ja für ein paar mehr nicht. Äh... Servus, geht's dir? Servus! Servus! Also... Wäre ich jetzt noch da unbedingt zu mir da hinlaufen oder? Das gibt's ja nicht. Selbst der Typ alleine, der zu mir hinlaufen würde sogar jetzt schon ein Schilderbist da nahe ist. Wir sind gefegt. Wir sind gefegt. Wir sind gefegt. So, machen wir mal die Kisten da auf. Segen wir mal her, ob da irgend das Geschirz dabei ist. Das ist... Die... Nee... Jetzt wird der Schot finden. Der Schaden ist irgendwie so wenig. Kommt nur das nur so vor, oder ist der Schaden so wenig? Ich habe ja auch mit den Scharfschützen eine Stoßverringerung. Kann man mal ausprobieren, ob das gut ist oder nicht. So, dann schauen wir mal, was der Lucky überhaupt ist. Oder ob es ihn überhaupt noch gibt, ist auch eine gute Frage. So, zack, zack. Nach lange baue ich gar nicht. Warte, dann natürlich werden wir die andere Waffe da. Ich kann jetzt so nicht wirklich beurteilen, weil da tue ich das halt noch, das Geschütz auch noch dabei war. Kann ich ja jetzt leider nicht dafür... Also, ich habe mir gedacht, da hat sich was bewegt. Da kann ich leider noch nicht viel dazu sein. So, jetzt mit der Kombi mit dem Geschütz... Ja, da läuft's, ist eh klar. Einmal, zweimal... Ich finde das immer nur ein bisschen blöd, dass man da immer extra herumdrücken muss und alles drum und dran, damit man da auch schön das aufmacht und so. Aber das ist halt so. So ist halt das Spiel. Ah, Servus, grüß dich. Hey, hast du schon für mich gewartet, oder was? Ja. 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 Ja.